Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts Birth by Sleep Dann wollen wir mal weitermachen Nö Eigentlich mal hier hin Dann hoffe ich mal, dass wir dann auch so langsam Ein paar mehr Kommandos kriegen Ah ja Stimmt, die sind ja hier aufeinander getroffen Da war ja was Ja, ja Na dann Ja, ja Tja Dann kommen wir hier Ja, ja Ja, ja Ja, ja Nein, ich würde da nicht. Say goodbye! Thunder! Yeah, ja, da bei uns. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah. Ah. Ich vergesse immer wieder, dass es bei ihm nur so geht. Ich bin mehr gewohnt. Ich bin einfach mehr gewohnt. Naja. Okay. Tja. Vielleicht hat er etwas gefunden. Ja. Was für ein abgekatertes Spiel. na komm welche mit dem intro lass mich endlich hier die gegend ich glaube ich lass mich hier schade die gerätsche war so viel angenehmer er ist hier lang genau ich habe das buch verloren ja der ist da rein lass uns mal so freundlich sein und ja 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 oh ja 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 ich habe gesagt, das buch ist nicht mein, aber ich wäre froh, dass ich es hier für dich behaupte danke Maroon ok war das jetzt oh moment, ich klau nochmal eben von dir ich hoffe du hast nichts dagegen mhm war das jetzt das, woran ich gedacht habe, wo ich hier mit Ventus gewesen bin oh hätte ich nochmal drauf, äh, dingsen müssen ok ne, das habe ich ja gemacht, ne ok ne, dann, ähm war das in einem anderen Teil, wahrscheinlich, ich verwechsel mir die auch manchmal es gab so eine Szene im, äh, 100 Morgenwald, die war halt echt nicht cool, ne so mit voller Minispiele und was sie nicht gesehen hm so die mal die Karte her schön, dankeschön ähm, moment, bevor wir ihm jetzt folgen ähm, würde ich gerne, ich brauche Feuer ähm, Vita brauchen wir gerade nicht, das haben wir hier aber Feuer wäre nicht ganz so schlecht, ne dann zeige ich mal her, was du hast ja, genau, hier ah ja, genau, weil wir das schon, äh, crafted haben äh, das müssten wir eigentlich auch nochmal machen, ne hier, Eisklinge, Gipflinge, Feuersturmlauf ich weiß nur nicht, ob ich mir die, äh, so hole oder ob ich, ähm, die mir selber zusammen crafte, aber ich glaub, ich crafte mir selber zusammen damit wir dann auch die ganzen Kommandodinger hier haben die extra Dinger dahinten ok, dann packen wir erstmal hier Feuer rein und hier, ja gut, das kann warten das kann warten dann speichere ich nochmal haben wir lang nicht gemacht komm, gib mal hier ne einmal bitte Dankeschön ok super dann gehen wir mal hin dann gehen wir mal hin Ah, okay Aber wir kommen schon zurecht, glaube ich. Ja, ja, der kommt schon rum, die kommen wir schon zurecht. Na komm. Weg! Immer diese Kamera. Immer die Kamera, nee. Oh, warte. Nein. Okay. Ich glaube, auf die müssen wir erst mal später wiederkommen. Nee, den kriege ich nicht an, ne? Ich vergesse immer wieder, dass das nicht Grätsche ist. Oder? Ah, nee, da komme ich nicht nur hier hoch, ne? Genau, da werde ich nicht hier hoch bekommen. Nee, ich brauche, um da rüber zu kommen, brauche ich schon mehr. Nee, ja. Nein! Oh, ich bin nicht nur hier hoch. Ja. Nee, du kannst dir die Skumnya der Karantenk conflicts können. Wenn du sie nicht möchtest, auf jeden Fall Lev EVO Dія س musst. Ja, ne? Ist klar. Okay. Kann sein, dass ich für, äh, die D-Link-Aufwertung dann wieder Dings benutze. Äh, den Ulym. Der war eigentlich ziemlich gut. Zum Aufwerten, weil da immer die ganzen Gegner worden sind. Ne? Oh, Medica. Können wir auch ganz gut gebrauchen. Ja. Okay, wieder in die D-Link-Aufwertung zuerst. Ja, so langsam so bin ich nicht aufwand. Gerne. Ah, okay. Oh. Voll gegen die Stange gelaufen. Ja, ja. Ja. Immer den hier. Ja. Ja. Ach, komm. Ach, Mensch. Ah, nee, ey. Jetzt wollte ich das... Jetzt wollte ich das gerade so machen. Dann fängt die Nasen auch noch gern zu üben. Und er fällt da runter. Obwohl ich den, ne? Ich hatte echt gedacht gerade, okay. Greifst du den von hier oben aus an? Hatte so schön... Nein! Ja, hat aufgebracht, aber, ne? Ich hab's vergessen. Ich hab's doch wieder. Ah, okay. Ja, Antara, muss ich halt nicht was gewöhnen. Ein bisschen. Und wieder an die Steuerung. Ah, ich glaub, das ist mir hier oben. Ah, okay. Ah, ja. Ich, äh, würde meinen, wir sind beim Bosskampf angekommen. Ja, zu 100%. Ah, okay. Cool. Naja, übertreibt man nicht. Ja, ich habe ihn. Das war's für heute. Thunder! Fire! Nein! Ja! 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 Hammer war! Das ist schön! Ja! 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 Hast du hier Baumschaden? Heal! Thunder! Ja! 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 Okay! Das war cool! Unsere Feuer ist Brunstack wie geschlagen, anscheinend. Ja! 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 Ich glaube, manchmal war ich auch ein bisschen overleveled. Als, äh, zu Anfang mit Fan. Weil wir haben ja zwischendurch ja ein bisschen schon, ne? Ein bisschen schon was ausprobiert. Na ja! Wir haben ja Zeit im Klarmeldung vor, das liegt Tom, den locker Must have. Ja. Ja! Åó ... Ja! Huh 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 Jetzt macht Terra alles kaputt. Ah, okay. Jetzt macht das natürlich alles sehr viel mehr Sinn. Siehste? Aus seiner Sicht ist das natürlich, äh, anders. Ja, und sie hat auch die andere. Sie hat sich nicht so nahe zu der Dunkelheit. Hör dich an, Aqua. Terra würde nie... Sie heißt, du hast mich spying auf mich? Ist das, was er gesagt hat, die Master's orders? Er war nur... Ach, und mit IH sieht man den Bogen. Ich verstehe. Ne, wenn man mit Terra schon ein bisschen mehr versteht. Terra, just stay put. Ich bin auf mein eigenes Leben. All right? Terra, please, listen. The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. Tja. Aber mit Aqua versteht man's halt noch mehr. Ne. Ja, ja. Master Zaynor is the only one I could still count on. Nein. You must be Terra. It's that old cooch. Won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so we'd clam up. What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. Tja. You're apparently not a very good liar. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. Ah, yeah. I got the old cooch in my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. Better show up before I lose my patience. Ah, yeah. There's no way it's true. But no harm in looking. Naja. Naja. Immer dieses Ja, kommt drauf mit, dann kannst du nachgucken, dass ich ihn wirklich habe. Naja. Naja. Als wenn das jemand machen würde. Ernsthaft. Ah, yeah. Ah, yeah. Aber so, äh, trin wird noch nicht. Naja. 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 Gucken wir mal nach. Oh, Kamera. Naja. Naja. Oh, warte mal. Was ich auch gucken könnte, ist hier, ne? Genau. Ähm, dann packe ich da das rein. Hier könnten wir nochmal Eis reinpacken. Dann gucke ich nochmal durch. Warte. Ne, wir waren ja schon bei Magie. Genau. Verdunkeln können wir auch später nochmal, ne? Aber das reicht jetzt mal. Speichern könnte ich auch nochmal. Hm. Okay. Ich gucke hier auch nochmal rum, ne? Geht gar nicht mehr. Kein Schaden. Ja. Ich muss ja die ganzen Münzen reingeben, würde ich lieber regelmäßig rausgeben. Ja. 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 Geht der schon ran? Ne. Okay, dafür brauchen wir dann doch den Doppelsprung. Die Gartenanlage war dazu, ne? Mal gucken, vielleicht darf ich ja... Ne, hier sind wir vorhin gewesen. Oder? Ne, ne, wir sind schon in die andere Richtung gegangen. Okay, wir müssen erst mal Master, Meister, sie auch noch retten. Das hat Vorrang anscheinend. Ah, nee, da war ja die ganze, die andere Gartenanlage, ne? Nee, nee, da waren wir noch nicht. Können wir aber auch noch hin. Aber wie gesagt, erst nachdem wir, äh, jemanden ganz wichtig in die Rettung haben. Der uns ja überhaupt nicht in die Falle locken will. Mit diesem kleinen Trick hier. Hier ist nichts, okay. Dann auch zur Gartenanlage. Na ja. Kostenlustig leveln, ne? Ist immerhin etwas. Genau, das können wir jetzt austauschen. Wir hätten hier dann noch, äh, genau verdunkeln. Hä? Kann ich eigentlich schon wieder... Ja, wir können schon wieder, ne? Ähm, brauchen noch mal Eis, ne? Naja, jetzt stehe ich erst mal nicht zum Muri zurück, aber wir könnten schon mal hier, äh... Warte. Ja, ja. Danke. Und das hier rauswerfen. Und den hier reinnehmen, ne? Muss ich mal kurz hier auf einer Stelle laufen. Können wir uns ja hier mal ein bisschen... umsehen und die Gegend genießen, ne? Sieht ja ganz hübsch aus. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Hier ist es gut. Ja, okay. Die sind nur eigentlich meine Gegner. Ich hab Besserung. Schön. Magie ist aufgestiegen. Alter. Ist auch gescheitert. Ja. Wo ist er denn? Ich brauch's. Hat er nicht gesagt, was ich will? Oder war das doch da hinten? Wo wir den Bosskampf hatten. Inwieweit war ich der Meinung, dass hier ist die Gartenanlage, aber da kommen wir auch noch nicht ran, ne? Hier ist er ja nicht. Aber hier ist der Terror hingegangen Hat er nicht gesagt Von wegen Von wegen Wir dürfen hier nicht hin und so Was hab ich denn grad bekommen War da hier ne Oh ich hab noch ein Feuerwerk bekommen Und hier unten hab ich Warte Stopp Ich achte da so selten drauf Was ich bekomme Ich öffne irgendwelche Truhen und dann ja Ne Manchmal kriegen wir ja auch was von Gegnern Deswegen Naja Laufen wir halt nochmal zurück Nehmen hier noch ein paar Gegner mit Noch ein paar Taler Um die im Shop auszugeben Warte mal Da wo er nicht hingehen wollte Ist doch auch eine Anlage Ich bin verwirrt Der drüben Äh hier meine Terra verbirrt mich Hier kommen wir gar nicht durch Na komm mal her Ah ne das war die andere Seite Und das hier ist die andere Seite Trotzdem sehr verwirrend Brauchst du dann auch irgendwann mal wieder die Liste Okay Aber ich hab ja gerade mein PC nicht hier Ne Die mitzuschleppen wäre auch ein bisschen Schwierig geworden Ich bin ja gerade nicht bei mir zu Hause Sondern in der Einkommenswohnung wieder Ne Wegen Katze und Co Ein bisschen Sitting Ne Ein bisschen aufpassen Äh ja Gut Machen wir erstmal Label ich erstmal auf Und dann können wir immer noch gucken was wir beim Shop holen Hier waren auch noch Gegner Weil war ich mir sicher dass dann direkt im Glauben ist Die Perspektive ist halt manchmal auch echt Sehr gewöhnlich schuldig Hier war doch noch einer Und deswegen mach ich das auch lieber im Olymp Da hab ich dann doch äh Die Tür noch in der Kamera Nein Komm Okay Okay Ja komm Wir müssen den äh Sehr an und Na ja Das muss er verstehen Na er will ja auch jemanden Starken an seiner Seite haben Und nicht so einen äh lauf Na Deswegen ne Da muss er auch verstehen dass wir hier äh Die Gegend nehmen Wie gesagt Ich bin der Meinung dass er erst hier langgegangen Hier durch die Untersuchung Und nicht hier Und nicht hier 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 Schon wieder Hier 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 Ach, da sind wir am Kampf. Ich hasse das, wenn da eine Schuhe andere angreift, ne? Nein! Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ja, die Gegner sind auch da drin, glaube ich, besser. Ach komm. Ja, ich habe so eine Terra-Mann-Schwierigkeiten, aber es habe ich ja gesagt, dass das möglich wäre. So, dann gehen wir mal hier lang. Ja, da oben gibt es ja auch noch einen Ausgang. Ich habe doch gesagt, hier ist keiner. Naja. Nein, ich muss mich mal echt aufpassen, ne? Ja. Ja. Ich nehme das! so ja ja Ich wollte gerade Eis machen und habe deswegen nicht Viereck gedrückt. Weißt du? Weil ich gerade einen anderen Angriff habe. Aber du spiel gleich. Oh, du hast das Quicktime-Event versaut. Ich hasse das, wenn dann so plötzlich Quicktime-Events kommen. Das ist grausig. Ich mache mir schon meine Gedanken, was ich als nächstes einsetzen will. Ich spiele so nirgendwo. Du machst das gefälligst, was ich sage. Und wenn nicht, dann bist du im Strafen. Ich wüsste nicht, dass ich mit Ventys so viele Probleme hatte. Vor allem, man drückt ja auch schnell. Das ist ja so eine Art Button-Löschen. Und wenn ich gerade angreifen will, dann denkst du noch nicht daran, zu blockieren. Genau, hier! Jetzt hatte ich Glück, dass ich gerade nicht einen Zauber ausführen wollte, sondern tatsächlich einfach nur angegriffen habe. Und dass da unten zufällig ein X stand. Das war jetzt mehr Glück als alles andere ist, aber ist ja auch nicht der Sinn, ne? Ja, komm. Okay, wo könnte er noch sein? Also, ich gucke erst mal. Vielleicht können wir ja hier schon wieder was machen. Genau, Eis können wir rausholen. Ähm... Oh, ja, cool. Können wir nochmal Eis rein herstellen. Sehr nice. Ah, okay. Oh, sogar mit Glückspilz. Okay. Ja, aber schon mal wenigstens einmal, ne? Gut, dann einmal hier Glückspilz. Nimm ich gerne rein. Ja, und der Rest, der muss noch... Hier habe ich aber nichts, ne? Ne, noch nicht. Kommt noch. Ich war mir auch... Äh, 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 mir war auch so, dass er hier hin ist, aber... Ab hier? I don't know. Die Gartenanlage ist eigentlich hier. Hier müsste die Gartenanlage sein. Ein ganzes Areal? Moment. Gartenanlage. War ich hier irgendwo nicht? Habe ich irgendwas nicht getriggert, oder irgendwie? Ja, ja, komm. Ich ignoriere euch mal. Oh! Okay, ja, da hätte ich mal viele die Map gucken sollen, ne? Ja, okay, das hätte ich mal sparen können. Der hat hier natürlich in Geheimversteck. Wie konnte ich nur so dämlich sein und nicht denken, dass er hier ein Geheimversteck hat? Nur weil ich mit Ventus da nicht runterkam. Tja. Na? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ja Ja, also die Das ist der Fall. So if I defeat you, that makes me the real keyslinger. If you catch my drift. I listen to my passada. Das ist ein? Ah, ah, one more step and the Kuck goes boom. You think I'm gonna fight fair? As if. That key is too powerful for us to go mano a mano. Ah, yeah. For a keyblade master, you're not very... What's the word? Good. Yeah. What are you doing, Terra? Fight! But master, you'll... Never mind me. You must fight. You can't let this ruffian win. Think of your master, Erycus. The same here and your fellow pupils will be forced to bear. Use the keyblade! Tja. What Abby, the Finsternis, will bring you closer. Damit. Yeah. Huh. So much for the bluff. Tja. need not opening up. Tja. Yeah. Fumelei. Tja. You know what not. You just all got a bucket block. goodness... You can see you. Tja. I can see you. You can see you? Kha! It's too hard to draw. Oh, okay Okay Nein, ich hab deine Nase Ah, das ist grad gejuckt Ach, komm Ich hase das, ne Ich bin grad kein Dings dabei, ne Ach, komm, verteidige dich Ich drücke vier, hab du Ja, natürlich, du musst in den richtigen Winkel stehen Lass mich, ja, okay, lass mich gehen I can see you Oh Ich hab natürlich nichts zum Heilen dabei im Bosskampf, ne Ähm, hier Ist natürlich klar, weil ich gerade Ja, gut, dann mach, lass, lass, ich Guck mal, dass ich das hier mal kurz Aufgelevelt kriege Ah, das wär so dämlich von mir Vielleicht sollte ich erst mal die Direkstil wieder mal reinnehmen Ja, ja Ich soll grad Dings drücken, ich hab's noch mitbekommen, dass er gerade Sein Special Move machen will Okay Ich würd einfach nur X drücken, um draufzuhammern Aber der hat gerade gesagt, der Kreis wäre richtig gewesen Mal wieder Äh, hier Warte Ich pack mal die normale Gritsche erstmal wieder rein Ja Wesentlich angenehmer Wesentlich angenehmer Ach komm Nicht aus Versehen, wie er entgebrückt hat, ne Nicht aus Versehen, wie er entgebrückt hat, ne Danke Dankeschön Hier 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 Wir können auch noch eine Hier Willst du etwas? You're done! Freeze! Fire! Willst du etwas? Fire! Willst du etwas? Willst du etwas? Willst du etwas? Okay. Ja, ein paar haben wir wieder geschafft. Jetzt müsste ich mal gucken. Oh, okay. Genau, da sind wir grad dabei. Ich brauche noch 2x Blitz. Das Vita kann ich schon mal machen, ne? Das sehe ich gerade. Kann ich schon kombinieren. Ah, okay. Genau. Ah, okay. Okay. Okay, dann brauche ich tatsächlich noch Ero, also Luft, ne? Wegen Dings. Und... Ähm, Blitz, ne? Zweimal. Äh, das war da. Warte. Müssen wir mir das angewöhnen, aber definitiv angenehmer. Das ist definitiv angenehmer. Nein! Danke. So, ähm... Das war zweimal Blitz, ne? Nee, warte. Zweimal. Ah, ich muss nochmal nachschauen. Sorry. Ähm... Genau, zweimal Blitz. Ero. Ero war noch, ne? Genau, okay. Wenn ich's kriege. Da, hier. Äh, okay. Cool. Äh, dann geh ich hier nochmal rein. Ne, im Verdunkeln raus. Ähm... Und pack mal Blitz rein, ne? Schwert verlasse ich nur drin wegen Analyse. Ähm... Warte noch mal kurz? Thunder! Ha! Fire! Ja! 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 Hm! Hm! Want some? Hm! 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 Chuette, Huh? Huh? Huh?! Hah! Ha! Say goodbye! Ja. Hm! 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 Huh? Dann bereiten wir uns mal auf den Kampf gegen Welt vor. Ja, ich hab schon wieder die Situation, ne? Dass ich irgendein Kommando einsetzen wollte, was das Spiel interpretiert hat, dass ich den Links nicht geschafft habe, hier in das Spiel Terminator. Und ich das erst mitbekommen habe, als es schon gespät ist. Okay, das hab ich nur mitbekommen, den Link. Ich muss das mal gucken, ob ich das ausschalten kann. Mal mit dem Kampf geht es um. Ich fahr mal in das Menü rein. Ja, okay, ich hab nicht mal gedrückt, aber es ist spät. Okay, okay. Was ist er denn? Jetzt ist er weg. Ähm... Einstellungen? Kann ich das hier irgendwie einstellen? Ähm... Nö. Schade. Ja, ich hab wieder Dreieck gebraucht. Ich wollt aber nur eigentlich nicht von ihm getroffen werden und deswegen x gedrückt. Oh, verdrückt. Da hat auch noch einer. Da. Ja, diese kleinen Time-Events, die ich dauernd vermassel, ne? Ah, hier ist noch jemand. Ah, da. Ja. Ja. Interessant. Ja. Ich geh mal zum Rundviertel zum Rund. Da weiß ich wenigstens, dass ich ins Menü komme. Ah, okay. Blitz hab ich. Und Feuerer auch. Das kann ich dann gleich zur Folge machen. Oh, jetzt soll ich so viel Eis bekommen. Ah, okay. Äh, dann wechsle ich das noch kurz aus. Na gut. Ich mein, für Eisklinge brauchen wir das, glaub ich, auch noch mal. Äh, hier mach ich mal Feuersalbe rein. Ah, warte. So. Feuerer, Feuerer. Ähm, welcher Kristall war das nochmal? Kraft oder Leucht? Ich muss das mal auf meinem Telefon gucken. Wenn ich schon nicht die Dings dabei hab. Den Computer meine ich mit der Liste. Warte. Kingdom Hearts. Birth by Sleep. Genau. Äh, hier. Komm, meine Fusion Liste. Ah ja, hier. Das ist genau die, die ich hatte. Ähm, warte. Hier müsste das irgendwo... Ja, ja, komm. Machen wir weg. Irgendwo stehen. Genau. Okay. Deva. Oh, Feuerfest mit Leuchtkristall. Okay. Nicht Pyromanie. Aber Feuerfest nehm ich auch. Oh, doch Pyromanie. Da stand grad Feuerfest. Pyromanie nehm ich auch. Was für ne Frage. Äh, jetzt müsste ich aber erstmal gucken wegen der Zeit, ne. Einen Moment. Vielleicht kann auch gleich hier im Menü bleiben. Ja, minimal drüber. Äh, deswegen beende ich jetzt den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Bye. In HítrisseTParte. çekten Le �., Untertitelung im Auftrag des Zewarssky. Ähm, ich weiß, wir... Oh, След mat ist sprach. Ja, Ton Joel appearance hat... Mal wiederholt. Nehm, ich weiß, wie die cockpit hat... Ja, mach mich, mach mich schon mal aufbiliw. Tautet aus, dass sieired, nicht klar sąd. das ganze Zeit. W解if Bye-Med. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020